Hiho und willkommen zurück, meine lieben Freundensspiel- und Zwergenfreunde, zum Bidoskate, der Enhanced Edition. Ja, hier liegt nichts besonderes rum. Wir waren jetzt in der tollen Gnollhöhle. Oh, und wir sollten ihn heilen. Fällt mir grad so auf. So, alle erstmal wieder in den grünen Bereich bringen. So, einmal noch. Da haben wir auch keine Heilung wieder mehr. Naja, Nehra hat bei dir den Doppel ab, was gut ist. So, dann mal raus hier. Und dann guck ich mal, hatten wir hier schon alles? Ja. Den Waldrand hier haben wir noch nicht. Das Lager ist direkt neben einer Straße. Das ist sowas von unauffällig, ja. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Ich mag euch nicht, ganz und gar nicht. Euer Aussehen gefällt mir auch nicht, aber immer noch besser als ein ganz zermatschtes Gesicht, oder? Was ihr mögt oder nicht, ist kaum meine Sorge. Ich möchte nur etwas über diesen Ort erfahren. Nehmen wir das Erste. Soll das eine Drohung sein? Macht ihr Witze, mit einem Gesicht wie eurem ist das ein Kompliment. Seht eure Stimme, sonst ist meine nächste Bewegung keine Drohung mehr. Ich möchte alles über diesen Ort wissen. Und ich will es jetzt wissen. Nehmen wir das Erste wieder. Seht zu, dass ihr wegkommt. Ich habe doch schon mal gesagt, dass ich euch nicht mag. Und das wird sich auch in näherer Zukunft nicht ändern. Seht zu, dass ihr wegkommt. Okay, der blickt nicht. Dass wir beide sind. Mein Schatz, mit Vergnügen. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Worum geht es diesmal? Das wird kein schneller Tod. Jetzt hasst er uns gut. Ja? Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. So, das ist einfach nur ein Dolch. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Nichts Besonderes. Ich habe keinen Bock zu erheben. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Einständig an diese Elfenschwuchteln. Für euch tue ich alles. Wenn das euer Wunsch ist. Oh, Pfeile. Wie kann ich helfen? Mit Vergnügen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und wir sind langsam voll. Wir sind so oben hin. Mit Zeug hier. Also ja, ich habe so viele Pfeile plus eins mittlerweile. Sind ja alles Pfeile plus eins, dass ich die dann demnächst benutzen kann, wenn sie die leer geschossen hat. Ja, wie ihr wünscht. Noch ein Trank. Geld. Noch mehr Geld. Dann gehen wir mal hier rein. Ich war nämlich nur noch in dem Zelt noch nicht drin. Und habe hier oben noch nicht alles geplündert. Genau. Und dann noch das Hauptzelt. Ja, mit Vergnügen. Wie kann ich ihr braucht? Nur zu fragen. Der Truhe traue ich irgendwie nicht gerade. Für euch tue ich aber natürlich, Schätzchen. Da ist eine Feuerballschriftrolle. Was ist es diesmal? Und die haben wir erfolgreich gelernt. Yay. Sehr schön. Worum geht wie ihr wünscht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich fühle mich sauber natürlich, Schätzchen. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, dann gucken wir mal, was in den Sachen ist, die wir gerade geöffnet haben. Und hier hinten. Hier ist nichts. Ein mittlerer Schild. Einfach nur plus eins. So einen Trick gain leider schon. Verwurft euch hier. Also nix besonderes. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ach, ein Stab der Furcht, oder? Ja. Worum geht es dir? Ihr braucht nur zu fragen. Geld. Ja, meinst du, wenn das euer Wunsch ist? Ja, ihr braucht nur zu fragen. So, was haben wir hier? Geld und ein Trank. Noch ein Schwert. Wahrscheinlich ein precise Schwert einfach nur. Also. Ja, Kurzschild, plus eins. Okay. Hm. Blub. Blub. Das kannst du dir. Das kannst du dir. Jede Menge Zeug, das wir verkaufen können. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Tut mir leid, mein Freund. Aber du wirst dir wohl gleich die Radieschen von unten anschauen. Reemon, ist mir egal, wer ihr seid. Wer einen Schritt in Tazogs Zelt setzt, wird ein Kopf kürzer gemacht. Dann holt mich, denn ich beabsichtige, nicht umzudrehen. Wir sind hier auf Tazogs Befehl. Er wollte, dass wir seine Akten und Dokumente holen und sie ihm so bald wie möglich bringen. Versuchen wir mal, badisch zu lügen. Bei Lügengeschichten nehme ich euch nicht ab, Renouir. Wie Ender sei hier, seid ihr dem Eisentrum zum letzten Mal in die Quere gekommen. Okay, erstmal muss der Magier weg. Oh, Mikonia hat Gift. Wir brauchen demnächst mal... Wie kann ich helfen? Worum geht es diesmal? Hm... Au, das war ein Säure-File. Mit Betonung auf wahr. Gott sei Dank ist er abgeklungen. So, was haben wir Schönes? Worum geht es diesmal? Räuber-Skype, Geld, Geld, Pfeile, Ring, Heidrank, Zauberstoß. Geld, 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 Bogen. So, erstmal das alles zu ihr. Das sind Eis-Pfeile. Kommt zu Safana. So, was haben wir hier? Eine Feuerschutzrobe. Näh. Langbogen der Treffsicherheit. Könnte ich verwenden, könnte Safana nicht verwenden. Ja, ich habe aber schon die Armee-Sense. Die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Hm. Dann kriegt das Ding einfach mal gegen. So, sonst liegt hier jetzt nichts mehr rum. Worum geht es die... Wie ihr wünscht. Wenn das euer Wunsch ist. Die kalte Hand mit Waffengewalt. Selten der Gilde der schwarzen Krall. Hm. Ich werde mich im Hanfenrein darum kümmern. Ihr Hornochsen, was habt ihr denn geglaubt, was ihr tut? Magieabwehrtrank. Das ist wahrscheinlich... Dann... Ups. Äh. Ja. Wie kann ich helfen? Mist. Ich habe erstens den Typ umgebracht, der uns für die West wichtig ist. Und dann habe ich uns selber umgebracht. Ja, mein Schatz. Mit Vergnügen. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Oh mein Mann. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Manchmal bin ich es durch, dass im Inventar Autopause ist. Kann ich das eigentlich abschalten? Nein, hier nicht. Okay. Der Trank zu dir. Schildung wird schwer zu gehen. Furchtszepter zu dir. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Quick Save machen rein da. Tut mir leid, mein Freund. Aber du wirst dir wohl gleich die Radieschen von unten anschauen. Ja, der droht mich. Ich beabsichtige, nicht umzudrehen. Ihr seid tot, ihr Würmer. Worum geht es diesmal? Aha. Das wäre kein... Ja? So. Erstmal seine ganzen Duplikate weg. Was ist es diesmal? Was ist es? Tschüss. So. 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 Vielen Dank.